Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Amphibien-Exkursion. Nachdem wir bereits zwei Schwanzlurcharten betrachtet haben, soll es heute um einen Froschlurch gehen, und zwar die Kreuzkröte. Im Mai und Juni kann man die lauten Rufe der Kreuzkröte bereits aus bis zu einem Kilometer Entfernung hören. Mal sehen, ob auch wir nachher Glück haben. Viel Spaß! Zum Einstieg ein kleiner Exkurs zu den Froschlurchen. Froschlurche unterscheiden sich von den Schwanzlurchen unter anderem durch ihre stark ausgeprägten Hinterbeine, welche den Tieren eine schnelle Fortbewegung ermöglichen. Manche Arten laufen, andere hüpfen und wieder andere bewegen sich durch weite Sprünge vorwärts. Der Schwanz, der im Larvenstadium der Anure noch vorhanden ist, wird anders als bei den Schwanzlurchen mit der Zeit komplett zurückgebildet und ist bei den erwachsenen Tieren nicht mehr zu erkennen. Nun aber zur Kreuzkröte selbst. Die Art wurde in allen deutschen Bundesländern nachgewiesen. Die Vorkommen liegen aber oft verstreut und die Verbreitung weist einige Lücken auf. Bevorzugt werden Lebensräume mit spärlicher Vegetation und grabfähigem Untergrund. Dies sind häufig menschengemachte Sekundärhabitate. Man erkennt die Art an ihrer warzigen Haut in Kombination mit einem hellen Wertebrei-Strich auf dem Rücken. Die Grundfärbung der Tiere ist in der Regel grau bis bräunlich mit verwaschenen grünlichen Flecken. Die Hinterbeine sind für einen Froschlurch verhältnismäßig kurz. Deswegen können Kreuzkröten nicht springen, sondern müssen sich laufend fortbewegen. Eine rennende Kreuzkröte kann aus dem Augenwinkel fast wie eine flüchtende Maus wirken. Wie bereits erwähnt, haben Kreuzkröten einen sehr imposanten Paarungsruf. Sie sind neben dem Laubfrosch die lauteste Amphibienart Deutschlands. Überzeugt euch am besten selbst. Bei der anschließenden Paarung wird das Weibchen vom Männchen in der Achselgegend umklammert und festgehalten. Manchmal kann es passieren, dass sich versehentlich zwei Kreuzkröten Männchen paaren. Das untere Männchen stößt in einer misslichen Situation wie dieser einen Befreiungsruf aus, um das andere Männchen auf sein Irrtum hinzuweisen. In manchen Gebieten kommt es außerdem vor, dass sich Kreuzkröten versehentlich mit Erd- oder Wechselkröten paaren. Der Nachwuchs aus einer solchen Fehlpaarung ist aber in der Regel nicht reproduktionsfähig. Wenn die Laichschnüre mit den Eiern der Kreuzkröten abgelegt sind, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Art nutzt zum Laichen nämlich oft temporäre Gewässer, die schnell wieder austrocknen. Der Vorteil hierbei ist, die Kaulquappen haben im Wasser keine Fressfeinde und können sich ungehindert entwickeln. Der Nachteil? Es besteht eine große Gefahr, dass einige oder sogar alle Larven vor ihrer Metamorphose vertrocknen. Man spricht hier von einem sogenannten Trade-off, einem Kompromiss. Insgesamt sind die Bestände der Kreuzkröte in den meisten Teilen Deutschlands rückläufig. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Oft wachsen die Lebensräume der Kreuzkröte zu, sobald sie nicht mehr durch den Menschen genutzt werden. Dadurch werden sie für die Art mit der Zeit unbrauchbar, da die kleinen Temporärgewässer verloren gehen. Auch hier hat die natürliche Sukzession schon eingesetzt. Eine Bewirtschaftung durch den Menschen ist also nicht immer von Nachteil und kann mitunter sogar notwendig für den Erhalt der Lebensräume sein. Eine weitere Herausforderung ist der Naturschutz in siedlungsnahen Bereichen. In diesem Beispiel wurden in einem Neubaugebiet Habitate für die Kreuzkröte geschaffen. Solche Szenarien sind ein schönes Vorbild für weitere Naturschutzbemühungen und ein gutes Schlusswort für mich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann nehmt euch gerne ein Beispiel an dieser liebenswerten Kröte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.